Willkommen okay fleisch ja wir haben einen schakal in der nähe deswegen also dieses trommeln gerade erst davon natürlich genau da wo der interessante ort ist klar die tränke genommen halt stein immer mit dem raum ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht soll ich zuerst mal eine axt reparieren oder meinen ich glaube ich habe zuerst die axt oder so ein stück fleisch essen ich muss aber wirklich mal eine neue bauen ja das hier solche sachen die steine selbst schon selten sind das ist so ein bisschen übertrieben chroniken aber muss aber eingesammelt haben verschwindet auf der karte offensichtlich das heißt diese chroniken haben wir nicht eingesammelt aha da gibt es noch einen stein nee ich brauche nur einen na gut sag mal zwei danke herstellung herzeug und herstellung wird schon bald wieder nacht machen wir aber kein material für ein bett zu machen aber wir haben hier diese anhöhe da können wir glaube ich wieder kategorien wieder sind kleiner tempel ist das die quelle was haben wir jetzt übersehen ist egal jetzt ich kategorie ah man hat gerade gerade schon so ein bisschen den eindruck lasst die tiere ein auch ein bisschen verfolgen ist das die quelle jawoll das ist die quelle sehr nice okay 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 offensichtlich können wir den kampf nicht ausweichen okay oh mein schlange Wir scheinen jetzt überall Schakale zu sein. Okay. Wasser bis hin. Nice. Oh, das sind Orangenbäume. Sammeln. 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 Oh, da ist er. Der Arschlochwolf. Ich weiß jetzt nicht, ob das die ganze Zeit dass derselbe ist, der uns hier verfolgt. Da bin ich überfragt. Okay. 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 Zu dunkel. Was ist das denn, ein besonderes Objekt? Also auf jeden Fall noch ein Strand. Und hier ist ja auch einer. Da hinten habe ich ja noch die, ähm, die Lüne gesehen. Würde ich sagen, wir gehen mal in die Richtung. Hier im Moment. Aufpassen, dass hier nicht zu tief ist. Ah. Ah, das ist dann. Okay. 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 Kann das eigentlich sein? Ich bin mir jetzt gerade nicht. Ja. Ist aber so. Dass ich jetzt einmal rum bin. Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist die, ähm, Ruine, wo wir bei unserer ersten Expektion schon gewesen sind. Da ist ja auch ein großer Stein. Und wie viel haben wir jetzt? Uuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Drei. Ja. Hupf. Jetzt brauchen wir noch Äste. Das war's. Wieso nimmt das Schaden? Hä? Bist du blöd? Gut, muss ich jetzt nicht verstehen. Ich habe keinen Ausdauer mehr zum Schwimmen gehabt, wahrscheinlich. Hier kriegt man nur Blätter raus, so. Ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass es da ist, nur schon wahnsinnig. Was auswählen? Okay. Hm. Und dann kommen wir zum nächsten Baum. Und dann kommen wir zum nächsten Baum. Hm. 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 Okay, essen, wie geht das aus? Ah, die wird auch so gut, okay. Nein. Ah ja, ich meinte, das war ja viel gewesen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine... Ja, ich muss das... Dann habe ich das noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Na ja, gut. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine Herstellung für unser Feuer. Platzieren. Platzieren. Platzieren, warum? Ein Tee jagt mich. Platzieren, warum? Ah, mein Körper bekämpft eine Krankheit. Okay, das heißt, ich muss... Ah, ich kann das auch verbessern, wenn ich will. Aha, ich hab mal in der Guck. Badage, glaube ich, muss ich dann herstellen. Da fehlen mir auch ein bisschen schmalen und ein großes Blatt für. Okay. Oh ja, das war hier. Da bin ich mir zu 100% sicher. Jep. Und hier liegt auch verdorbenes Essen. Ach, da unten ist ein... Das hab ich gar nicht gesehen letztes Mal. Da unten ist ein Dings. Ein Beet. Gut, dass ich so voll Holz drauf getan hab. Stumpf. Ah. Na, ich muss mich direkt an dem Nest vorbei. Da bin ich in Ruhe. Aber ich hab immer noch Übergewicht. Direktion. Ah, nehmen wir mal zwei. Kanten. Aber es wird schon wieder hell. Liebes würde ich hier alle umbringen. Hier bin ich eigentlich immer noch übergewichtig. Oh, ist halt nicht schön, dass das da unbeleuchtet ist. Hm. Immer wenn die Biene kommt, denke ich, da fängt jetzt gleich an einer an zu singen. So. Äh. Interaktion. Herstellt. Oh, Heilung. Hab ich gelevelt. Das ist schön. So. Tak. Verwenden. Jetzt kann ich aber schlafen, ne? Jawohl. Ich steig was essen. Baupläne. Das heißt, Feuer ist aus. haupläne herstellen haupläne herstellen da ist ja leichter werden essen und essen ich bin ja ein gutes stück leichter geworden okay direkt eine zeichnung hier machen ach gibt es eine zeichnung hier gibt es eine zeichnung habe ich über nacht verleine gemalt oder was platonia so jetzt gucken wir aber nach was da unten für ein beet ist ok 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 oben nicht so ungut nicht so ungut zwei ich glaube das gehört da oben hin und zufallstreffer gucken jawoll das passte ok ok ähm ja hiervon gibt es doch keine zeichnung sind ja eigentlich sind ja eigentlich schon recht gut dabei wir können eigentlich noch weiter wandern weil wir haben ja noch vorräte so das hier tattelpalm ähm da ist eh wasser da können wir eh nix machen wo müssen wir denn noch hin äh nochmal richtung testen da lang ja ok ok weil ein stück fehlt uns ja noch ich gehe mal ich gehe mal ganz blöd ich gehe mal hier drunter gucken weiß das ist vielleicht ein bisschen einfallslos auf programmieren sind manchmal einfallslos nein hier ist es nicht so dann die uhrzeit oh wir haben fast schon wieder abend und wieder abend und wieder abend also hier müsste ich quasi noch eine katografierung machen ok ok ich meine die idee was immer das jedes mal ist ich weiß es nicht sieht aus wie ein stunk äh stunk skunk 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 so ist einfacher so sieht es jedenfalls aus ähm ich meine die idee hier nochmal ein Zwischenlager zu bauen ist ja nicht verkehrt ja ich meine ich könnte das Obsidian hier fallen lassen ne das Obsidian wird mir auf jeden Fall Gewicht machen hier finde ich es ja auch wieder kann ich es nicht in die Kiste legen? geht das nicht? doch das geht ok cool das wird ja nichts wiegen oder? ne ähm der wiegt was richtig? auch nicht der Rede wert die? ne auch nicht der Rede wert was ist denn hier so schwer wahrscheinlich das ne? auch nicht na dann weiß ich es auch nicht das Buchrabber ne? auch nicht naja gut naja gut das ist es so ja ist natürlich jetzt schon wieder Nacht eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn jetzt weiter zu gehen weil wir können ja eh keine Kategorierungen machen ne? ja glaube wir gehen wieder zurück hauen uns doch mal aufs Ohr für den nächsten Tag und gehen dann erst weiter ja und damit enden wir mal die Folge würde ich sagen oder? so naja wir laufen noch bis da rum und dann haben wir ein schönes Ende hier ist ja noch Sträucher die können wir hier ernten Aktion alles und ernten so es ist ja auch eigentlich gar kein so schlechter Punkt hier oben zu pennen ich sag ja solange man ja irgendetwas findet wo man pennen kann ne? warum warum sollte man ne? warum sollte man ne Base bauen? so naja zünder haben wir keinen mehr oh das geht auch so an so ja wird reicher bringt das irgendetwas wenn ich jetzt noch mehr schlaf? ne ne den da hab mal Lust da und den Ball nicht so oh ja äh äh ich kann hier nicht warten oh level 2 kochen schön hm äh 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 brennstoff ok erstmal kann ich hier irgendwo kann ich hier irgendwo kann ich hier irgendwo brennstoff hinzufügen oh ja ah da na super ich hab doch nur was geguckt da das fein geeigneter feuerstarter jetzt fängt es an zu nerven jetzt aber jetzt ziehen wir los wahrscheinlich schon fast wieder nach nein die verlungte es wirklich okay ist er sich reparieren Warum kenne ich das nicht? Schmale Blätter. Kann der Schoko sehen. Es ist jetzt fast schon wieder Nacht, bis ich hier wegkomme, ne? Wobei ich jetzt wieder was reparieren muss. Es ist der halbe Tag rum. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt, aber... Wenn es von Gott gegeben ist, warum sollte man es liegen lassen? Hey Schildi! Oh, das ist meine Tarn. Oh, das ist meine Tarn. Okay. Tabak ist hier, okay. So ein Schakal. Tja. Tja, dass das alles so übertrieben zerfallen ist, ne? Ich hätte es jetzt doch schon wieder mal zu reparieren. Okay, woher ich die so schmalen Blätter für? Ich weiß nicht, was das hier... Was ist das? Das ist nicht das Richtige. Ich weiß nicht, wo das Mist ist. Ah, da ist es. Alles gut. Wird schon weg. Ich bin eben noch an so ein Ding, wo diese schmalen Pflanzen rauskommen. Ach so, da ist ein Schwein. Ach so, da ist ein Schwein. Ich bin vorbeigegangen. Ich habe gedacht, mhm, sollst du mitnehmen. Ich habe gedacht, ne, brauchst du nicht. Oh, Falle. Oh. Oh. Oh, ein Leangbaum. Da haben wir noch Bananen. Da haben wir noch einen besonderen Ort. Brotfruchtraum. Also die Witz ja hier zu essen. Ohne Ende, ne? Ohne Ende. Ich trau mich nicht. Ohne Ende. Ohne Ende. Ohne Ende. Ohne Ende. Okay. Ja. So, also jetzt muss ich mal eine neue Axt bauen, weil die taugt nichts mehr zu stören. Stetigen, Herstellung, Axt, Herstellung. Was magst du nicht, ganz blöder? Ah, ich hab Gift abgefischt. Gift ist schlecht. Gift, Gift, das war Gift, 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 der Vakupresse. Verwendung, Verwendung, Entzündung, da brauche ich den Scheiß, Fieber, also ich brauche dann den Skorpion. Das heißt, eigentlich liege ich es zurück. Scheiße. Auf der anderen Seite, ne. Da müssen wir hin. Dann ist das so. Vergiftung ist Vergiftung. So, wir hatten ja gesagt, auf dem Rückwechsel haben wir noch ein bisschen Beute eingefallen. Nein, können wir noch was sehen. Ah, da kriegst du auch die Blätter raus. Verschwind, du Scheiß, der. Das ist's. Ich bin mir. Mal gucken, was wir sehen. Wie heißt das, wir sehen uns. Ich habe hier. So. So. Satt. Reparieren. 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 Satt. Reparieren. 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 Wie heißt das? Da ist das, was ist. Ein��를pon. Hier muss man hier in der Stoff. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich erinnere mal die Folge. Bis dahin. Tschüss.